Einen wunderschönen, halllun schön Yoidi, wir spielen mit einer Runde GTA ich habe mir gedacht, einfach mal, weil wir das können und es ist schon lange weg, dass ich das gespielt habe Und ja, wir gehen, precis mal ins Casino und machen, irgendwann noch einen Trailer schaut und ich dachte mir so, dumentedst einfach mal Lola heard Bestimmt wieder lustig werden. Ah, Lallebildschirm. Okay. Jo, machen wir. Jo, jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Willkommen. Willkommen zum Daimond Casino, Spa und Resort. Und wir sind endlich öffnet für Brust-Tits. Ich bin Tom Connors, Executive Director of Guest Services. Unfortunately, as Vincent mentioned, we are a membership-only establishment, as far as our facilities are concerned. Komm, quatsch nicht so lange. Membership dues are very reasonable and purchasable at reception or on our website, if that's more your thing. Ah, Champagne. I'll take those. Let me show you around. Sie schmeckt übrigens nicht Champa... Cham... äh, ja. Champ... äh, ja. Champ... äh, ja. Champagner. Oh. Ah. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with us. Tom, are you having a little tour at the resort? Of course, Matt. I'm going to go back to you. I'm going to go back to you. I'm going to go back to you. No sign of protection. We should hope not. Let's talk about it. Okay. Come with me. That is where I normally work. If you come see me, I will help you get the most out of our facilities. especially for all our VIP members. Okay. Lul. Hey. 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 Oh. ordeckx. Hmm. Gönn' ich mir. Und jetzt? Leider Bildschirm. Lul. Uuuuh. Moin. Also andere Spieler. Wie heißen die, Alter? Uuuuh. Ach, jetzt ist ja online, Alter. Was? Jetzt für 5 Foto zu kaufen, Alter. Pause. Geil. Pause. Geil. Pause. Jetzt ist er weg. Pause. Letztes Spiel verlassen. War auch wieder geil, so. Was? Was will ich jetzt machen? Das kann ich shoppen gehen? Was? Neue Waffen. Okay. Komm. Erstmal zum Feuer trinken. Warte mal. Neue Fahrzeuge. Neue Fahrzeuge. Teile. Geil. Warte mal. Es gab kein Updates. Achso. Gib mir mal was hier. Hallo. Hallo. Ich will erstmal. Hm. Das ist Wodka. Miii. Geben mir ein. Ach, ist schon teuer. Zehn Dollar, Alter. Was ist denn das da oben? Ach, Mülle ist das wahrscheinlich. Wahrscheinlich probiert er das nicht. Warte mal. Du musst ja eigentlich steigen. Oder? Boah, ich vertrage aber viel. Ich will noch einen. Boah, wenn du meinst. Los jetzt. Lieblingsbudget. Ach, voll. Na, mehr nicht. Flasche will ich haben. 55 Dollar für ein Whisky-Gnaz. Boah. Oh, 0,0. Wieso denn das? Wie muss ich denn da trinken? Hm. Jetzt hab ich den 0,0. Ach so, das ist Spiegel. Ich dachte, das ist... Ich dachte, das ist Min-Anzeige. Probier-Anzeige. Das kann ich machen. Wir müssen mit dem Kassenpersonal zu sprechen. Okay. Hm. Wie läuft das? Komm, oh mein. Wo viel. Oh. Gib mir das. Bonus. Ja. Jo. Tausend. Ach so, hier sind Chips. Alles klar. Das kann ich zu spielen. Wuuuh. Guck mal. Warum bin ich mit mir? Huh. Hä? Hä? Ehe zu spielen. Gewinn. Gerade. Oh, was? Boah. Fortsetzen. Okay. 0. Dann machen wir mal. Der Min-Einsatz ist 5. Maximal ist 20. Okay. Boah. Ich mach. Maximum. Alles Risiko. Spielen. Äh. Min-Einsatz. Steht denn da? Min-Einsatz. Okay. So. Und jetzt. Spielen. Spielen wir mal los. Der Ding brauche ich nicht. Uh. Nochmal. Los jetzt. Äh. Los, los, los. Oh, aua. Oh. Fuck, Alter. Komm jetzt. Mann, nochmal. Los. Nö. Nö. Nochmal. Hä? Wieso denn das? Okay. Dreimal. Panzerflug. Null. Okay. Komm nochmal. Geht nicht. Doch. Geht nochmal. Null. Nömal. Achso. Ich geb jetzt allgemein dich. nämlich kein Bock mehr. Null. Ds 9 8 % Gewinn Chance. Das gibt's noch schönes hier. Uh. Is gestorben. Komm mal her. Den kann ich nicht. Glückstuhl. Wo ist Glückstuhl? Wo ist Glückstuhl? Wo ist Glückstuhl? Wo ist Glückstuhl? Guck nicht so doof, goe, weg hier. Wie springt? Kann ich nicht rennen. Ich schiene. Oh no no. Hm, was kann ich hier machen? Hier, komm! Eine Million! Klar! So was mein Budget? Bargeld? Bank? Casino? Penthouse? Ich möchte schon alles haben. Weiter? Oh! 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 Jetzt kaufen! Okay! Hab ich zu wenig! Oh! Was ist denn los? Äh... Hallo? Äh... Null! Null? Wir raus? Ach so, das war's! Ciao! Kann ich fahren? Ähm, Penthouse, Parkplatz, Dachgeschoss... Ne... Ne... Ne, will ich nicht... Ne... Ne... Hä? Ich will mal was irgendwas anderes machen, außer dieses... Ne, das will ich nicht! Ne, ich will noch ein bisschen spielen! Mehr gibt's hier nicht! Ach klar, ist Glückstag! Muss ich gehen mal Glückstag, was auch immer! Oder Shopping... Ne, ich geh erstmal fett... Los! Schnauze! Was? Jetzt nicht! Ja, genau! Russisch! Geil! Kann ich schon super verstehen, Alter! Komm mit drehen! Komm mal los! Hm... Dann geh doch mal los! Drehst du jetzt? Da geht doch! Boah, ist das Geld! Ähm... Los! Ja... Uuund... Komm schon! Und! Geil, Alter! Komm! Komm!